Hallo, mein Name ist Dina Orschmann. Meine Position ist Mittelfeld und meine persönlichen Ziele bei Tourbine Potsdam sind jetzt erst einmal, mich gut in der ersten Mannschaft zu etablieren, erstmal reinzukommen, mich wohl zu fühlen und dem Team natürlich so gut es geht unter die Arme zu greifen mit meinen persönlichen Stärken. Und meine Rückennummer wird im Endeffekt die 11 sein, Nummer 11. Und ich bin jetzt offiziell Vertragsspielerin der ersten Mannschaft und freue mich riesig auf sportliche Herausforderungen, eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Fans, mit den Tourbine Fans und der Familie und freue mich sehr, hier in Potsdam anzukommen. Ich bin von der University of Central Florida aus Amerika hergekommen und habe nach einer sportlichen Herausforderung gesucht, beziehungsweise bin ja gebürtige Berlinerin und sehe in Tourbine einfach eine Chance, mich weiterzuentwickeln.